und herzlich willkommen bei manny heute stelle ich euch mal den suche klitsch vor mit dem suche klitsch ist ein bisschen ist ein bisschen magic mit dem suche klitsch bekommen wir das alte suche mimos modell und zwar ist es ganz einfach wir haben ein suro hedge und wir lassen ja man kann im suro hedge messen dann laden wir jemanden ein wenn wir die ready haben und es ist ein altes suro modell und so schaut das ganze aus das alte modell hat seine vor und nachteile der einzige vorteil ist es ist ein bisschen schneller als das alte modell allerdings nur im laufen und im rennen ansonsten hat es weniger bite force und auch weniger gewicht damit auch weniger lebenspunkte und es ist auch im schwimmen wesentlich langsamer was wir ja auch gleich sehen aber wie gesagt einfach nur ein suro hedge weiblich nesten und wir können x beliebige leute einladen und die können dann das alte suro modell spielen finde ich nice finde ich richtig nice wenn ihr das ausprobieren wollt auf euren servern gerne tut das tut ja keinem weh und ansonsten bedanke ich mich fürs zuschauen wenn euch das ganze gefallen hat dann lasst mir doch ein abo oder ein leichter oder am besten beides und ansonsten sehen wir uns zum nächsten video bis dann euer money